Na hallo zusammen, mich hier ist wieder Otschela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar heute, ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, kaiserliche Keilerei. Und für dieses Achievement müsst ihr Mordrea, die unerbittliche Kaiserin, in den Theater der Schmerzen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem ihr zweimal herausfordernd ausgeführt habt und zwei geisterhafte Anwärter besiegt habt. Hört sich einfach an, ist es eigentlich auch. Ihr müsst hier den Endboss einfach runterspielen bis etwa auf 50%. Dann könnt ihr am Rand Mobs ins Target nehmen, die geisterhaften Anwärter. Dann einmal Slash herausfordern oder Slash Challenge. Dann werden die angreifbar, kämpfen gegen euch. Die klopft ihr einfach schnell um. Ihr müsst die aber interrupten, weil die hauen so ein Mars oder Carstens und Mars 4. Ganz wichtig an der Stelle. Und sobald ihr die getötet habt, Boss umhauen und dann habt ihr auch schon das Achievement eingetütet. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.